Liebe Bürgerinnen und Bürger, ein spannendes, ein interessantes Jahr 2017 liegt hinter uns mit Höhen und Tiefen. Leider ist unsere Welt nicht friedlicher geworden. Die sozialen Gegensätze auf der Welt in Europa und auch in unserem Land haben zugenommen. Wir als Linke haben soziale Gerechtigkeit und Frieden in den Mittelpunkt unserer Politik gestellt. Ich will mich bedanken für alle Unterstützung, die es im letzten Jahr gegeben hat. Die Aufgaben für das neue Jahr sind keine geringeren. Wir werden weiterhin mit großem Engagement dafür kämpfen, dass der Krieg von unserem Erdball verbannt wird, dass Waffen auf unserem Erdball keine Perspektive haben. Und wir wollen, dass jedes Kind seine Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickeln kann. Soziale Gerechtigkeit wird der Maßstab unserer Politik sein. Auch für 2018 bitte ich Sie um Unterstützung. Wir wollen, dass unser Land, Europa und die Welt gerecht, friedlich und ökologisch wird. Alles Gute für 2018.